Heute trifft man Adolf Seeger eher im Fitnessstudio an als im Kampfring. Dort trainiert er regelmäßig, um seine 84 Kilo Wettkampfgewicht zu halten und rundum fit zu bleiben. Der Sport bedeutet für ihn auch nach seiner Profikarriere ein großes Stück Lebensqualität. Der Körper braucht immer Spannung, extreme Spannung. Und das kann ich ja selber regeln, solange es noch geht. Da gilt immer noch der Spruch, lieber sich verbrauchen als verrosten. Und das gilt für Seeger nun besonders, seitdem er nicht mehr Briefe austragen muss. Seit 2009 ist Deutschlands stärkster Postbote im Ruhestand. Das hat für ihn aber nicht nur Vorteile. Die positive Seite ist, man kann ausschlafen, man kann sich den Tag einteilen, wie man Lust hat. Das Negative ist, dass ich bei der Post durch den Sport zwei Jahre Urlaub ohne Bezüge gehabt habe. Eine Summe, die ihm nun bei seiner kleinen Rente fehlt. Denn das komplette Geld aus seiner Sportkarriere hat er jedes Mal für wohltätige Zwecke gespendet. Auch heute setzt er sich noch ehrenamtlich für Projekte wie die Kinderkrebshilfe ein oder für das Familiennetzwerk Kita Violett im Weingarten. Von seinen früheren Ringer-Kollegen erntet er dafür Respekt. Der Grund für sein Engagement, ein Schlüsselerlebnis mit der Kinderkrebsklinik. Ich habe mich eine Krankenschwester angerufen und gefragt, ob ich nicht mal kommen könnte. Da wäre ein junger Bub, der wäre Ringer und der ist krank. Der wollte mich unbedingt mal sehen. Da bin ich halt da hingegangen, da hat sich da was angebahnt, eine Freundschaft von der ganzen Familie und ich. Und da gab es dann irgendwie so eine Art, das war so ein Knackpunkt für mich, dass ich sage, ich möchte da helfen. Neben seinen zahlreichen Titeln und Medaillen ist Säger heute besonders stolz darauf, dass er sich seinen Namen hatte hart erkämpfen müssen. Und das übrigens nicht nur beim Ringen. Ich spiele jahrelang in der Fußball-Prominente-Mannschaft, das ist die sogenannte Saber-Elf. Und da habe ich mit großen Armen, die ich früher als kleiner Bub immer so groß gesehen habe, Rahn, Uwe Seeler und so, Herbert Erhard, Egel und später Hoeneß, Netzer, wie man da auf dem Bild sieht, haben wir da mitgespielt, das war für mich natürlich eine große Sache. Was viele auch nicht wissen, durch den internationalen Erfolg bei den Olympischen Spielen 72 wäre aus Säger sogar beinahe ein Western-Star geworden. Sergio Leone, der hat schönst bei den Schädel gesehen, der muss in dem Film mitspielen, mein Name ist Nobody. Ich hätte es heute dann acht Wochen nach Spanien zu dreharbeiten, das hat sich dann mit dieser Vorbereitung für die Weltmeisterschaft Teran überschnitten. Da muss ich das leider absagen. Heute muss ich sagen, schade für, weil diese WM ging in die Hose damals, habe dort Marke und Darmgrip gehabt. Und dieser Film ist schon ein Kultfilm heute. Zum Kult-Sportler hat sich Säger trotzdem entwickelt. Und auch im Ring wird er wohl die nächsten Jahre noch stehen, aber eher als Trainer. Wow, genau! Jungsai, vielen Dank. Wie geht es jetzt? In Europa sind jetzt nicht wahr, wie geht es jetzt nach P .